Heute ist der erste Abend seit sechs Jahren, an dem unser Freund fischfreie Luft atmet. Ich dachte, da machen wir etwas Ungewöhnliches. Was ist das hier? Deine Willkommensparty. Es gibt noch eine offene Rechnung, die wir begleichen müssen. Wo ist mein Geld? Denkt ihr wirklich, ich würde euch alle beklauen? Es hätte wirklich nicht so weit kommen müssen. Aber du lässt uns leider keiner wahr. Wieso hast du nicht gesagt, dass du die ganzen schönen Spielsachen schon ausgepackt hast? Das ist Folter. Oh nein, ist es nicht. Oder eher noch nicht. Ich frage dich freundlich, mein allerletztes Mal. Sag uns, wo die Diamanten sind. Dann wird's wohl einer dieser Abende. We are running. 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 Untertitelung des ZDF, 2020